Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden unter Quests und dann Warwolf Inn und hier haben wir den Erfolg Teilung des Lichts. Für diesen müssen wir folgendes machen, schließt alle diese Bonusereignisse an den großen aktivierten Schlüsselflammen ab und dafür könnt ihr auch quasi einen Twink benutzen oder was mit dem Main machen ist vollkommen egal oder teils, teils, denn das ist auch wieder ein Battle.net Account gebundenes Achievement und ich bin einmal hier auf einem Twink quasi in Heilsturz und ja, hier in dem oberen Bereich sind diese Schlüsselflammen. Und was müssen wir da machen, wir müssen quasi einmal im Optimalfall ein paar Scheinchen haben, um die zu aktivieren und zwar haben wir strahlendes Überbleibsel, die kriegt ihr aus allen möglichen Kisten hier aus der Zone raus und von den Mobs hier auf diesen Feldern in dem Bereich, den ich eben gezeigt habe. Wie läuft das? Wir haben dann hier diese Schlüsselflammen, da können wir quasi die Währung einsetzen und wenn wir die aktiviert haben, dann kommt in der Zone quasi eine, ja, so eine Art Bonusziel. Und dieses Bonusziel müssen wir abschließen. Es gibt insgesamt acht Schlüsselflammen, also ihr müsst alle acht Bonusziele einmal abschließen und dann habt ihr einmal das Achievement. Und wo die sind, will ich euch mal zeigen. Also Nummer eins ist hier auf 64, 32, ne, auf dem Feld. Dann das zweite, ähm, ah ne, das ist, äh, doch, das zweite ist hier einmal ein paar Meter drüben. Ich denke mal, da brauchen wir jetzt die Koordinaten nicht zeigen. Das ist in Sichtweite. Dann haben wir hier oben beim Turm Nummero 3, ne. Dann, ähm, hier Nummero 4 ein Feld weiter. Dann fliegen wir jetzt hier runter, ähm, zu dem Fluss. Und da haben wir Nummer 5. In die Aktivsender ist übrigens der Timer dran, ne. Ich habe die jetzt bloß schon abgeschlossen, die könnt ihr einmal wöchentlich machen. Bringen auch einen Sack, wo Gier und Marken drin sind und auch ein Mount drin sein kann. Dementsprechend bin ich jetzt hier gerade mit den Twings und versuche, das Mount zu farmen. Achso, das zeige ich euch. Also das ist jetzt hier unten an dem Fluss, ist bei 66, 32, äh, 23, so rum. Lass mir nichts falsch erzählen. Und dann die anderen drei, die sind ein bisschen abseits von den Feldern. Und zwar, ähm, befinden sich die hier hinten, ne. Ne, also wenn man jetzt von den Feldern hier rüberfliegt, dann haben wir eins quasi hier auf den Koordinaten 63, 20. Wenn die übrigens aktiv sind, die ihr noch braucht, dann werden die auf der Map auch angezeigt, ne. Wenn die quasi nicht aktiv sind und die die noch brauchen, werden die nicht angezeigt. Wenn ihr die natürlich schon gemacht habt, dann werden sie natürlich auch nicht mehr angezeigt. Dann haben wir gleich daneben noch eins. Das ist hier das, ähm, nächste. Das ist jetzt hier bei 61, 16. Was hatten wir? Wir hatten hier 5, 6, 7. Und da hinten ist dann noch das 8, ne. Also das ist quasi hier auf der Insel. Ähm, die drei hier hinten, da sind Elite-Mobs, ne. Also das sind die schwereren. Das ist jetzt hier oben auf den Koordinaten 61, 12. Und da seht ihr, wie das aussieht. Ich habe einfach hier einen Balken, den muss ich auffüllen, wir müssen einfach Mobs umhauen. Und das ist bei den meisten so. Wir werden dann den Balken füllen, bestimmte Mobs umhauen. Oder wir müssen irgendwas drauf sammeln und zurückbringen. Also das ist alles ziemlich Basic-Stuff. Und wenn ihr alle 8 einmal gemacht habt, könnt ihr, wie gesagt, auch mit unterschiedlichen Charts machen, kriegt ihr das Achievement. Hier gibt es noch ein paar weitere Achievements. Da hatte ich auch schon Videos gemacht, wo ihr dann einfach Marken an diesen Dingern abgeben müsst. Sowohl an den großen als auch an den kleinen. Also das könnt ihr dann theoretisch auch klein noch mitnehmen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Habt mich viel vor, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.